Kannst du ein bisschen schildern? Wie geht das Gefühl? Ja, das Erste ist, dass es die Frau auch nimmt, meine Behinderten. Von denen bin ich überzeugt, sind die Kinder auch. Aber ob man mit mir da halb mal umgegangen kann, dass ich mein Leben da hin noch bewältigen kann, dass das geht, von denen habe ich mir auch mehr Angst gehabt, dass das nicht mehr geht. Und wenn ich dann das erste Mal wieder da gewesen bin, man hat da gehörig umgebaut, weil wir eh ja gemacht miteinander in das Haus und man hat mir noch 80'000 Euro umbauen müssen. Und dann habe ich dann gesehen, dass ich bin überzeugt, dass die Frau mit mir umgegangen hatte. Und von daher bin ich natürlich glücklich gewesen, das muss ich sagen. Weil das ist, wenn wir sonst ehrlich sind, dann habe ich nicht mehr reinkommen können, das sagen wir.